Hallo, hier ist vielfeindfilea und ich mache einen Schlachtkommentar über eine Multiplayer-Schlacht bei Shogun 2. Also der letzte Schlachtkommentar für Shogun 2 liegt schon etwas länger zurück, aber das ist ja nichts Schlimmes. Also ich spiele gegen Alpha Knight, der ist etwa Silber Level 4 oder so und deswegen ist es jetzt nur auf mittlerem Budget eine Schlacht, also 10.000 Koku. Also ich möchte nur kurz meine Armee angucken, ich habe vorne zwei Einheiten Naginata Samurai, dann habe ich hier viermal Veteranen Katana Samurai und dann habe ich hier noch meinen General, das ist ein Führerschaftsgeneral. Und dann habe ich hier meine Kavallerie, einmal Bogenkavallerie Level 5 und dann einmal hier meine Britne Naginata Kriegermönche und meine Feuerkavallerie. Ich habe jetzt schon das Gefühl, als ob mein Replay ein bisschen korrumpiert ist, weil das Level von den Einheiten stimmt nicht, also schon ein bisschen korrumpiert. Hier, mein Gegner bewegt sich etwas langsam nach vorne, was nicht der Fall sein sollte, weil der Schrein hier ist sehr, sehr wichtig, den sollte man möglichst schnell erobern. Und wie ihr seht, er hat eine ziemlich ausgeglichene Armee genommen, bloß ohne Kavallerie. Er hat hier dreimal Veteranen, ne, 1, 2, 3, 4, 5, 6 mal sogar Veteranen Katana, also ziemlich viel. Er hat auch Nodachis, das ist alles. Dann hat er hier einmal Yaris Samurai, dann nochmal Yaris Samurai, genau. Also zwei Yaris Samurai und der Rest halt nur entweder Naginata Begleiter oder Yaris oder Katana Samurai. Also eine sehr ausgeglichene Armee. Ich habe eher so die Rush Armee genommen. Mein Plan ist es, erstmal mit den Naginata Samurai, die ich hier vorne habe, falls er angreift, habe ich vor, mit den Naginata Samurai erstmal diesen Angriff aufzuhalten und dann mit den Katana Samurai über die Flanke zu kommen. Das sollte auch ganz gut funktionieren. Also hier ist dann mein General schon. Jetzt sollte er auch gleich alle motivieren und dann genau. Und dann geht er jetzt gleich. Ja. Hier mit meiner Kavallerie versuche ich den Gegner so ein bisschen abzulenken, unter Druck zu setzen halt. Und meine Bogenkavallerie schießt hier munter drauf los. Ja, die sollte sich ein besseres Ziel suchen. Auf jeden Fall, hier passiert das, was ich mir vorgestellt hatte. Der Gegner greift an, aber greift nur die Naginata Samurai an. Derweil bewege ich hier meine Katana Samurai auf die Flanke. Und die können dann hier schön viel Schaden anrichten. Haben auch einen guten Ansturm und alles. Jep. Hat gut gepasst. Auch hier ist das gleiche passiert. Ich habe den Ansturm bekommen. Und so habe ich den Gegner halt ziemlich schwächen können. Und ich versuche jetzt weiter mit meiner Kavallerie den Gegner abzulenken. Weil so ein Kavallerieangriff von hinten ist einfach in... Das schädigt die gegnerische Moral einfach so extrem. Das muss man machen während einer Schlacht. Ohne Kavallerie in eine Schlacht zu gehen, ist inzwischen total sinnlos. Am besten ist es, immer zu jeder Schlacht eine Einheit mindestens Katana Samurai mitzunehmen. Ja, ich meine Katana Kavallerie. Weil dieser Angriff von hinten, egal ob es jetzt bei Speerträgern ist oder nicht, das ist einfach richtig wichtig. Hier seht ihr auch die Moral der gegnerischen Einheiten. Ja genau, die sinkt gleich. Und sinkt gleich noch stärker. Mein General ist hier auch schon ziemlich geschwächt. Aber ich werde meine Kavallerie, diese Feuerkavallerie, die werde ich jetzt gleich noch verwenden, um dort anzugreifen. Also man kann die Kavallerie immer weiter ein bisschen rumsenden. Die leidet zwar Verluste, aber sie bleibt am Leben. Und das ist wichtig. Dann hier die anderen, ja die leben auch noch. Also die Briten Naginata Kriegermönche. Und auf dieser Flanke habe ich auch gewonnen. Jetzt bleiben halt nur noch diese Einheiten hier in der Mitte. Also praktisch seine ganzen Katana Samurai sind schon geflohen. Und dann, ja, versuche ich hier mit meinem Katana Samurai, mit diesem Yari Samurai aufzuschließen und sie dann im Nahkampf zu besiegen. Und hier der gegnerische General, der wird es dann wahrscheinlich schaffen, meine Feuerkavallerie zu besiegen. Mein General ist inzwischen gestorben, aber das ist halb so wild. Und, ja, meine Bogenkavallerie, die sollte jetzt eigentlich den Rest der feindlichen Einheiten einfach... ...kaputt kriegen. Und meine beiden Naginata Samurai, die leben noch. Und haben beide ziemlich viele Kills angehäuft. Ja, über 100, über 120 jeweils. Und jetzt greift der Gegner auch nochmal von hinten an. Und es tut meinen Leuten auch nicht gut, aber dafür kann ich jetzt gleich auch noch meine, ähm, berittene Naginata Kriegermönche reinzünden. Genau, und dann aktiviere ich noch den Kriegsschrei. Und dann fliehen auch die letzten gegnerischen Einheiten. Also das war jetzt mein erster Schlagkommentar seit langem. Ich hoffe, er hat euch gefallen. Hat euch, naja, was Neues beigebracht. Nehmt einfach Kavallerie mit. Mehr gibt's da nicht zu sagen. Und wenn euch das gefallen hat, dann vergesst bitte nicht zu kommentieren und abonnieren. Danke.